Absolut nicht Was so ist Aufnahme Spezialinheiten C-Person bis zum Westbereich versucht, wo das G-Virus und das Antivirus drohen Du kannst schon an Punkt W3 Zählen die Worte auf C-Person Er wird den Safe öffnen Wir machen den Signal Wir gehen rein Die Glückwünsche kommen jetzt ganz ruhig mit uns Das war wohl nichts Ich habe auch noch einen Pinken Pinkes Armbändchen Wir gehen mal nicht lang G-Virus zum Westbereich Aha Sollten wir mal nach Osten Oh, Heilung Noch sind wir gesund Das kann sich schnell ändern Sehr schön Alles quicksauce Oha Ich weiß nicht, ob ich da rein will Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich Aha Ist das bestimmt der Typ hier Na gut Na gut Rein mit uns Das war vielleicht ein Fehler Das war vielleicht ein Fehler Das war vielleicht ein Fehler So viel Munitionsverschwendung So viel Munitionsverschwendung So viel Munitionsverschwendung So viel Munitionsverschwendung Ach du hellige Scheiße Munitionsverschwendung 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 Das tun wir Ich weiß nicht, ob das gut ist Telekartusche Input Code 8 Stunden Ein wenig Rätsel Ein wenig Rätsel Ach du Scheiße Obwohl wir die verbrennen wären, das ist effektiver Wird bald lustig und Munition Aha Das Ding, dann ein Strich und dann was anderes noch Hier kannst du schon Lösungen ausgeben und platzieren Davor durch die Mängerung Entführen und die Entführen Aha Davor 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 Das Treppchen und den Strich Davor 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 Ja, wie machen wir denn das jetzt? Da brauchen wir mal Strich ist, machen wir das mal als Ich versuche es mir mal zu notieren Mit zwei L´s und dann Dann noch ein Strich Ich sag mal H, damit das Und dann T und dann Pi auf dem Kopf stehen Okay, wir sollten da mal zurück Das können wir ja schon aus Wollen wir schon machen Soll ich mal schauen, ob ich das hier Den Krieger Erste Symbolie haben wir hier nicht So, fantastisch, müssen wir es basteln über was Das waren die zwei Striche Okay, damit hat sich was geschafft mit Wollen wir das jetzt fahren Ah, das war das dritte Tresor dort Ich bin wirklich so gelöst Jetzt finden wir auch noch Vielleicht erwarten wir auch noch den Code Für das andere Ding Hier waren wir noch gar nicht Ich geh da unten Ach du Scheiße Ich rück den hier Alter, warum geht denn der nicht da unten Ach du Scheiße Ach du Scheiße, da kommt der wieder zum Leben Ach du Scheiße, da kommt der wieder zum Leben Ach du Scheiße, da kommt der wieder zum Leben Sag mal Diese Dimensionsverschwendung Ich brauch später für den Baskampf Wie viel halten die denn aus? Ach du Scheiße, da ist Ach so, ich wollte da drüben hin Verdammt Oh hier gehts runter ok den zogen durchgang hat es ein wundervolles ostbereich ach du scheiße jetzt ja munter weiter so warum würde ich sagen natürlich nicht doch bestimmt auf noch braucht man keine einung es wird schon noch ein trofäer nutzer mal ein trofäer dabei das war so klar scheiße ach du bist das ihr Flieger seid das ich sehe dich nicht und wer bleib liegen oh gut einen Schuss habe ich noch weiss scheiße scheiße äh Munition 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 was werden wir los die Dinger hier die sterben so dann mal ein Platz frei Signalmodulator und wozu die Trophäe jetzt für dich ich sehe dich ich sehe dich schon mal ein Platz ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich auch Ich habe noch nicht die Karte überbrochen, also zurück ins Gewächshaus würde ich sagen. Konferenzraum haben wir noch was. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Haben wir aber noch nicht geschafft. Ach die scheiß Viecher. Ich habe keine Ahnung was passiert wenn wir jetzt anfallen. Kann ich gar nicht wissen. Wir sollten lieber verbrennen. Wart mal. So nämlich. Das hier müssen wir noch öffnen. Jetzt haben wir noch die Fröndchen die wieder zum Leben kommen. Das hier müssen wir noch gekürt werden. Das hier müssen wir noch machen. Okay. Doppelst das I und dann können wir es noch ausprobieren. Die von Anfang an verbrennen sollen die Leute. hier. Äh das. Haben sie zwei die wir warten müssen. Das personliche. Das geht? Teigeln. das sind die rub lux be Battlees gingen. das hier ich muss noch weitere hinweist erfunden die lösung habe ich leider gar nicht bereit das war aber nix wie kommen wir denn dahinter das war es nicht verbrennen sollen das tut ja gar nichts die andere hinweise darum die lösung noten könnte fehlt hat die hälfte das doppelte l und dann zwei weitere sachen ich meine wir haben da auch nicht die andere seite im westen aber ich muss das jetzt hier irgendwie ja 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 ich finde auf der westseite die andere lösung ich würde so mal diese verdammte trophäe hier und finde die lösung wenn wir das so drehen haben wir hier ja es ist die verdammte lösung verdammt diese trophäe wenn ich das denn riechen soll okay du musst noch nachgucken das dann um großen und klein und dann den breiten ok ist das hier ist das hier dann um den kleinen und dann den hier manueller modus aktiviert bitte lösungsmenge an kartuschen kapazität anpassen wird kurz wenn es dieser wird Wir haben wohl die geschafft. Was haben wir damit jetzt mal vor, die ganze hier entgiften, oder? Ich hoffe es gibt noch mal Waffen und ein bisschen Munition vor dem Postkampf. Temperatur der Lösung außerhalb des Akzeptanz an den Bereichs. Ach komm. Also hier haben wir eine Gefrierkammer. Mhm. Mh mh. Wir haben irgendwo eine Gefrierkammer. Du wirst raus. Gibt ein Proto das Labor. Wie kommen wir da rein? Da unten war doch verschlossen. So, warum kann man nicht rein? Da kann man nicht rein. Hm. Muss man die Tür irgendwie öffnen? Wie kommen wir mit diesem Gerät hier denn das mal rein? Signalmodulator. Dein Versuch wert. So, hier. Da unten waren durch die scheiß Viecher wieder auf uns. Das war jetzt Schlusslander nicht viel helfen. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Uh, ha. Das ist doch mal rasch. Na, ging. Da ist kein Strom drin. Da ist kein Strom drin. Oh, Scheiße. Munition. Sehr schön. Kommen wir den Geflicht ersetzen. Er ruhen. Fantastisch. Da hat hier viel gebraucht. Hat hier viel gebraucht. Okay, wir müssen... eine Apparatur finden, wo das rein kann. Hier vielleicht... Nichts des Unbekannten. Alle sind verwandelt. Pflanzen... Gewohnen. Sie kommen zurück. Immer und immer wieder. Verbrennen sie alle. Verbrennen sie... bis ihr Körper schwarz bis Asche sind. Aber das gibt's nicht. Haben wir selbst daraus gefunden. Ob die schwere Methode. Da passt es auch nicht rein. Jetzt haben wir das Scheißteil. Wenn es nur irgendwo reinpasst. Führungspersonalrechte. 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 Ja, ja. Bei der Spiegelanlage liegt irgendwas. Ach, du liebst noch. Verdammt. 11. 10. 50. 70. 41. 41. 42. 42. 42. 41. tja wir kommen nun jetzt weiter hoffentlich ist der weg nach vorne auch manchmal ein weg zurück wir haben uns vorhin noch nicht probiert einen weg zu finden und bereich spiel nach westen ging es später Irgendwas. Hier gab es noch eine Sache, die wir machen konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017